Rasenmäherroboter sind dieses Jahr noch smarter. Es gibt wieder Neuheiten und überarbeitete Modelle, die dir die Arbeit im Garten abnehmen. In diesem Video vergleiche ich für dich 10 der derzeit besten Mähroboter für alle Rasengrößen. Aufgeteilt sind sie in diese 5 Flächengrößen. Mähroboter bis 300, 600, 1000, 1500 und 5000 Quadratmeter. Nach jeder Kategorie bekommst du von mir eine Vergleichstabelle, auf der du die Eigenschaften und technischen Details vergleichen kannst. Alle vorgestellten Produkte und Angebote verlinke ich dir in der Videobeschreibung und im ersten angepilten Kommentar. Lass uns jetzt mit den Mährobotern für Rasenflächen bis 300 Quadratmeter starten. Nummer 1 ist der WORX Landroid S300. Der Mähroboter wurde 2022 Testsieger bei der Test-Build in der Kategorie Umwelt und Nachhaltigkeit. Trotz seiner kompakten Größe ist er dank der patentierten AIA-Technologie äußerst schnell, robust und wendig. Mit seiner intelligenten kognitiven automatischen Planungsfunktion ist er außerdem sehr effizient. Bei dem Modell sind die PowerShare-Akkus verbaut, die mit allen WORX-Akku-Werkzeugen genutzt werden können. Obwohl er der kleinste Mähroboter von WORX ist, verfügt er über die gleichen Funktionen wie seine größeren Brüder. Ein großer Vorteil ist, dass er nicht programmiert werden muss. Er passt seine Arbeitszyklen automatisch an die Wachstumsrate deines Rasens an und berücksichtigt dabei die Wetterbedingungen, die Grasart, den Bodentyp, die Wasser- und Nährstoffversorgung und vieles mehr. Features sind eine intelligente Hindernisvermeidung, ein verbauter Diebstahlschutz, ein temporärer Flächenausschluss und eine Wi-Fi-Erweiterung. Über die Wi-Fi-Verbindung werden Softwareverbesserungen und neue Funktionen automatisch über die Over-the-Air-Software-Updates aktualisiert. Du kannst ihn aber auch manuell per USB updaten. Die Schneidscheibe besteht aus drei schwenkbaren Rasierklingen mit einer Schnittbreite von 18 cm und einer einstellbaren Schnitthöhe von 20 bis 50 mm. Er kann Steigungen von bis zu 35 % bewältigen und bleibt beim Fahren angenehm leise. Steuern und einstellen kannst du ihn per Android-App und über das LED-Display. In Bezug auf Sicherheit ist der Mähroboter mit einem Hebesensor, einem Neigungssensor, einem PIN-Code und einem Schließsystem ausgestattet. Zudem wird ein Alarm im Falle eines Diebstahls ausgelöst. Insgesamt bekommst du hier einen sehr hochwertigen Rasenmähroboter, der mit fast jedem Rasen bis 300 m² klarkommt. Nr. 2 ist der Land Xscape LX799 Der Land Xscape ist das günstigste Modell im Vergleich. Er hat ein effizientes, dreiklingendem Mulchsystem und kann auch enge und schmale Passagen mähen. Dafür musst du nicht unbedingt programmieren, sondern kannst das Rasenmähen einfach auf Knopfdruck starten. Vorwärts- und Rückwärtsrotationen reduzieren die Abnutzung der Messer beim Mähen. Er fährt automatisch zurück zur Ladestation, sobald der Rasen fertig gemäht oder der Akkuzustand niedrig ist. Zudem ist er mit einem Sicherheitssensor bei Neigen und Anheben sowie einem Stoßsensor ausgestattet. Die Klingen stoppen also sofort, sobald man den Mähroboter anhebt oder er gegen ein Hindernis stößt. Die Schnitthöhe lässt sich bequem mit einer Einknaufschnitthöhenverstellung anpassen. Über die Digitalanzeige des Mähroboters kannst du einen PIN-Code einstellen und den Mähroboter programmieren. Mit einer Schnittbreite von 16 cm, einer einstellbaren Schnitthöhe von 20 bis 50 mm und einer maximalen Steigung von 25 % ist der Mähroboter für viele kleinere Rasenflächen sehr gut geeignet. Insgesamt bekommst du mit dem Modell einen günstigen Rasenmäherroboter, der für einen dauerhaft gepflegten Rasen sorgt. Hier siehst du die erste Vergleichstabelle mit den beiden Modellen bis zu einer Rasenfläche von 300 Quadratmeter. Zusammengefasst ist der WORX Landroid S300 ein Testsieger mit vielen intelligenten Funktionen und einer hohen Effizienz. Er ist ideal für kleinere Rasenflächen und bietet eine hohe Flexibilität durch die Nutzung der PowerShare-Akkus. Der Land Escape LX799 ist das günstigste Modell im Vergleich und bietet trotzdem eine gute Leistung und eine einfache Bedienung. Er ist ideal für kleinere Rasenflächen und bietet eine gute Balance zwischen Preis und Leistung. Pausiere gerne das Video, um sie in Ruhe zu vergleichen. Kommen wir zur Kategorie Mähroboter bis 600 Quadratmeter Rasenfläche. Nummer 3 ist der PRACTIX PXRRM600W. Der PRACTIX Mähroboter ist die ideale Budgetlösung für Mittelgröße-Gärten mit einer Fläche von bis zu 600 Quadratmeter, Mit einer Schnittbreite von 18 cm und einer stufenlos einstellbaren Schnitthöhe von 20 bis 60 mm sorgt er für einen präzisen und gleichmäßigen Rasenschnitt. Dank des Regensensors passt sich der Mähroboter automatisch an die Wetterbedingungen an und arbeitet nur dann, wenn es trocken genug ist. Er bietet eine Kantenmähfunktion, die für saubere Rasenkanten sorgt. Mit seiner Bluetooth- und Wireless-Funktion kann er bequem über eine App gesteuert werden. Die digitale Anzeige ermöglicht eine einfache Überwachung und Kontrolle der Einstellungen. Der PRACTIX bewältigt Steigungen von bis zu 35% und arbeitet dabei angenehm leise. Insgesamt bietet er dir eine zuverlässige und effiziente Lösung für die Rasenpflege zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Nummer 4 ist der Gardena Sileno City 600. Der Sileno City ist ein leistungsstarker und intelligenter Roboter. Mit seiner leisen Betriebslautstärke und vielseitigen Funktionen macht er das Rasenman komfortabel und effizient. Über die Gardena Bluetooth-App kannst du ihn bequem über dein Smartphone steuern. Einfach die gewünschte Rasengröße, Mähtage und Startzeit in der App eingeben und der Mähroboter erstellt dir automatisch einen Zeitplan. Bei der Erstinstallation der App wirst du Schritt für Schritt an die Hand genommen, um die Einrichtung so angenehm wie möglich zu gestalten. Mit nur 57 Dezibel ist der Sileno der leiseste in seiner Klasse. Die Corridor-Cut-Funktion ermöglicht es ihm, auch enge Passagen und schmale Ecken mit einer Breite von nur 60 cm zu rasieren. Er arbeitet unabhängig von Wetterbedingungen und bewältigt Steigungen von bis zu 35%. Ein Frostsensor sorgt dafür, dass der Mähplan ausgesetzt wird, wenn der Boden zu kalt ist und startet erst wieder, wenn sich die Wetterbedingungen verbessern. Kollisionssensoren gewährleisten die Sicherheit, indem sie den Mäher stoppen, wenn Hindernisse erkannt werden. Die Reinigung des Geräts ist einfach und schnell mit dem Gartenschlauch erledigt. Insgesamt bekommst du drei Jahre Garantie auf das Modell. Hier siehst du die zweite Vergleichstabelle mit den Mährobotern bis 600 Quadratmeter. Zusammengefasst ist der Practice ein leistungsstarker Mähroboter, der ideal für mittelgroße Gärten ist. Er ist die günstigere Variante und hat schon viele Kunden glücklich gemacht. Der Gardena Sileno City ist ein leiser und effizienter Mähroboter, der über eine App gesteuert werden kann. Er ist die teurere Wahl, bietet dafür aber eine hohe Qualität und Leistung. Pausiere auch hier gerne das Video, wenn du sie in Ruhe vergleichen willst. Kommen wir zu den Mährobotern bis 1000 Quadratmeter Rasenfläche. Nummer 5 ist der Husqvarna Automover 310 Mark II. Der Husqvarna ist ein kompakter Rasenmähroboter mit vier Rädern, der sich mühelos um große Rasenflächen bis 1000 Quadratmeter kümmert. Mit einer maximalen Steigungsfähigkeit von 40% und der Fähigkeit, enge Passagen zu bewältigen, ist er vielseitig einsetzbar. Über die Automover Connect App kannst du den Mähroboter bequem über dein Smartphone steuern. Zusätzlich hat er einen Frostschutz und einen Wettertimer verbaut, der die Mähzeiten an die jeweilige Jahreszeit anpasst. Der Frostsensor erkennt automatisch Frost und setzt das Mähprogramm aus, um den Rasen zu schützen. Der Wettertimer passt die Mähzeiten an das Rasenwachstum an, um den Mähroboter und den Rasen zu schonen. Die systematische Passagenmähfunktion ermöglicht einen automatischen Wechsel vom Zufallsmodus zum systematischen Modus in engeren Passagen. Die Reinigung der Außenseite und Unterseite des Mähroboters können auch hier einfach mit dem Gartenschlauch erledigt werden. Weitere Besonderheiten sind die Möglichkeiten des Mähens an drei verschiedenen Startpunkten entlang des Führungskabels, das spiralförmige Mähen zu Ausgleichen von Höhenunterschieden, der punktuelle Mähmodus zur schnellen Bearbeitung kleiner Flächen mit längerem Gras und die Mähprofileinstellungen, die die gemeinsame Nutzung des Mähroboters zwischen verschiedenen Standorten bzw. Gärten erleichtern. Es kann außerdem ein zweiter Mähbereich eingerichtet werden, wenn der Rasen in zwei getrennte Bereiche ohne Durchgang für den Mäher unterteilt ist. Nach getaner Arbeit findet der Mähroboter mit Hilfe der Dreifach-Sugfunktion den schnellsten Weg zurück zur Ladestation. Insgesamt hat der Husqvarna Automover 310 Mark II auch geringe CO2-Emissionen und trägt zur Umweltfreundlichkeit bei. Das beste Angebot habe ich bei Tink gefunden, dort bekommst du derzeit auf das bereits reduzierte Modell noch einen 100 Euro Rabattcode. Folge dazu einfach dem verlinkten Angebot in der Videobeschreibung. Nummer 6 ist der WORX Landroid L1000. Der Landroid ist ein leistungsstarker, effizienter und wendiger Mähroboter, der speziell für große Rasenflächen entwickelt wurde. Mit seinem selbst nivellierenden Mähdeck und verbesserten Rädern bewältigt er problemlos unwegsames Gelände. Dank der innovativen Noesis kognitiven und automatischen Planung arbeitet er intelligent und effizient. Die Cut-to-Edge-Funktion kümmert sich um die Rasenkanten, sodass du den Rasen nicht nachtrimmen musst. Auch dieser Mähroboter ist mit einem PowerShare-Akku ausgestattet, der auch in anderen WORX-Akku-Geräten verwendet werden kann. Auch er wird mit automatischen Over-the-Air-Software-Updates über das WLAN mit der neuesten Software versorgt und bleibt so auf dem neuesten Stand. Der WORX bietet einige intelligente Funktionen. Er kann enge Passagen ohne Führungsrad durchfahren und intelligent an der Grenze wenden, um die Arbeit schneller zu erledigen als Zufallsmäher. Die intelligente Selbstprogrammierung passt die tägliche Arbeit automatisch an die tatsächliche Wachstumsrate des Rasens an, unter Berücksichtigung von Wetter, Jahreszeit, Sonneneinstrahlung, Grasart und anderen Variablen. Der untere Teil des Mähers kann auch hier sicher und schnell mit einem Gartenschlauch gereinigt werden. Es gibt einen Rettet-die-Igel-Modus, der verhindert, dass der Mäher nach Sonnenuntergang betrieben wird, um nachtaktive Tiere zu schützen. Insgesamt bekommst du hier einen intelligenten Mähroboter mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier siehst du die dritte Vergleichstabelle mit den Mährobotern bis 1000 Quadratmeter Rasenfläche. Zusammengefasst zeichnet sich der Husqvarna Automover 310 Mark II sich durch seine Vielseitigkeit aus. Mit einer maximalen Steigungsfähigkeit von 40% und der Fähigkeit, enge Passagen zu bewältigen, ist er für eine Vielzahl von Gartenumgebungen geeignet. Der Works Landroid L1000 ist hingegen das deutlich günstigere Modell und punktet mit seiner Effizienz und Wendigkeit. Er bewältigt problemlos unwegsames Gelände und überzeugt durch zusätzliche Funktionen wie den Rettet-die-Igel-Modus. Beide Modelle sind einfach zu bedienen und zu reinigen, was sie zu einer hervorragenden Wahl für jeden Gartenbesitzer macht. Pausiere gerne das Video, um sie zu vergleichen. Kommen wir zur Kategorie Mähroboter bis 1500 Quadratmeter. Nummer 7 ist eine Neuheit, der Ecovacs Goat G1. Der Goat G1 ist ein revolutionärer Mähroboter, der mit innovativen Funktionen das goldene Zeitalter der Roboter-Rasenmäher einläutet. Die Mähgrenzen können kabellos per App eingestellt werden. Anstelle von physischen Begrenzungskabeln ermöglicht der G1 dir die drahtlose Begrenzungseinstellung mittels Signalen. Das True Mapping Multifusion Lokalisierungssystem gewährleistet eine präzise Positionierung und genaue Navigation. Dadurch kann der Roboter einen gleichmäßigen Mähpfad erstellen und ein hocheffizientes Mäherlebnis bieten. Die Mäheffizienz wird durch das True Mapping System ca. um das 2,5-fache gesteigert, wodurch der Goat G1 einen 600 Quadratmeter großen Garten an nur einem Tag mähen kann. Die intelligente AW3D-Hindernisvermeidungstechnologie arbeitet mit einer Fischaugenkamera mit 150 Grad Sichtwinkel und einem TOF-Sensor, der die Entfernung zu Objekten misst. Diese innovative Technologie ermöglicht es dem Roboter, präzise Hindernisse wie Bäume, Möbel, Personen, Igel und Haustiere zu erkennen und ihnen auszuweichen. Durch die Kombination einer Panoramakamera und einer Fischaugenkamera kann der Roboter mehrere Punkte im Garten überwachen und bietet so Sicherheit und Schutz. Er kann als Gartenwächter eingesetzt werden mit der Möglichkeit, bis zu 10 Überwachungspunkte hinzuzufügen. Die Datenschutz- und Sicherheitsstandards des Geräts sind durch die TÜV Rheinland Datenschutzzertifizierung gewährleistet, was bedeutet, dass keine Daten an Dritte weitergegeben werden. Mit seinem starken Wi-Fi-Signal kann er sicher in der Nähe deines Hauses bleiben und eine Verbindung zur App aufrechterhalten. Erfahrungsberichte zeigten, dass dafür das WLAN-Signal im Garten natürlich stark sein muss. Wenn das der Fall ist, kannst du den Roboter bequem über die App steuern und verschiedene Mailprogramme einstellen, um die Bedürfnisse deines Gartens zu erfüllen. Mit der intelligenten Zeitplanungsfunktion kannst du nach Vorliebe festlegen, zu welchen Zeiten der Goat mähen soll. Er ist außerdem mit Sprachsteuerungsfunktionen kompatibel. Du kannst den Roboter über Sprachbefehle mit Alexa oder dem Google Assistant steuern. Wenn du einen sehr modernen und fortschrittlichen Rasenmäherroboter suchst, kann der Goat G1 der richtige für dich sein. Die besten Angebote verlinke ich dir. Auch das zweite Modell dieser Kategorie ist eine Neuheit. Der Mähroboter iMove 5 Evo von Stihl. Der iMove ist nicht nur ein Mähroboter, sondern auch ein Mulcher. Er zerkleinert das Gras so fein, dass es direkt wieder als Dünger für den Rasen verwendet werden kann. Er kann Steigungen von bis zu 45% bewältigen. Optional kannst du ein Upgrade-Kit dazu kaufen, das es ihm ermöglicht, in Steigungen bis zu 60% zu arbeiten. Er ist mit Ultraschallsensoren ausgestattet, wodurch er Hindernisse schonend anfahren und bei Kontakt selbstständig die Richtung ändern kann. Seine intelligente Steuerung ermöglicht es ihm, auch in Engstellen zu mähen und die Geschwindigkeit auf unebenem Gelände anzupassen. Über die My iMove App kannst du ihn jederzeit über Bluetooth, WLAN oder Mobilfunk steuern. Mit der App kannst du auch die Schnitthöhe individuell in verschiedenen Stufen einstellen und einen Mähplan für wöchentliche Pläne definieren. Insgesamt bringt der Stil mit diesem Mähroboter ein sehr modernes und starkes Modell auf den Markt, das sich nicht vor den großen Playern verstecken muss. Hier siehst du die Vergleichstabelle der Mährobotern bis 1500 Quadratmeter Rasenfläche. Insgesamt sind beide Mähroboter hochwertige Optionen für die Rasenpflege. Während der Goat G1 mit seiner innovativen Technologie und hohen Mäheffizienz punktet, bietet der Stil iMove 5 Evo zusätzlich die Funktion des Mulchens und eine hohe Anpassungsfähigkeit an das Gelände. Pausiere auch hier gerne bei Bedarf das Video. Kommen wir zu den Mährobotern, die für Rasenflächen bis 5000 Quadratmeter geeignet sind. Zum Vergleich, ein Fußballfeld hat ungefähr 7000 Quadratmeter. Nummer 9 ist der EcoFlow Blade. Er ist der perfekte Helfer für einen makellosen Rasen. Mit seiner einzigartigen Care-Funktion sorgt er nicht nur für einen perfekt gemähten Rasen, sondern fegt auch unerwünschten Schmutz wie Blätter, Zweige und Abfall beiseite. Als Zubehör kannst du einen Korbanhänger kaufen, den der Blade hinter sich herzieht und dort seine Fundsachen reinschmeißt. Dank der virtuellen Begrenzungstechnologie fährt auch das Modell ohne Kabelbegrenzung. Mit Hilfe der EcoFlow App kannst du die Mähgrenzen einstellen. Die X-Vision Technologie sorgt für eine intelligente Hindernisvermeidung. Er erkennt und umfährt große und kleine Hindernisse. Mit seiner branchenweit führenden Designneuerung bietet der Blade eine verbesserte Schnittleistung. Die omnidirektionalen 20 cm Vorderräder ermöglichen eine mühelose Navigation auf unebenem Gelände, während die große Schnittbreite und die einstellbare Schnitthöhe von 20 bis 76 mm eine präzise Rasenpflege ermöglichen. Der Blade bewältigt problemlos Steine mit einer Höhe von bis zu 40 mm und Steigungen von bis zu 50%. Durch die integrierten 4G, GPS und E-SIM Technologie kannst du die Position des Roboters jederzeit verfolgen. Insgesamt investierst du hier nicht nur in einen Zukunftsmähroboter, sondern auch in ein Servicepaket, was dir eine Garantie von bis zu 4 Jahren, einen persönlichen Serviceberater und einen lebenslangen Austauschservice für Zubehör bietet. Nummer 10 und der letzte Mähroboter im Vergleich ist der Hofsquarner Automover 450X. Der 450X ist das Spitzenmodell der X-Line Serie. Dieser intelligente Mähroboter ist super geeignet, um große und komplexe Rasenflächen zu bewältigen, einschließlich enger Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Steigungen von bis zu 45%. Er hat eine GPS-unterstützte Navigation und lässt sich mit der Automover Connect App konfigurieren. Du kannst deinen Mähroboter überall auf der Welt verfolgen und mit ihm interagieren. Die GPS-Navigation ermöglicht es dem Roboter, die Gartenfläche innerhalb der Begrenzung zu erfassen und sein Mähverhalten entsprechend anzupassen. Der 450X hat eine eingebaute Objekterkennung, die ihm eine gute Gesamtübersicht bietet. Dadurch kann er mit höherer Geschwindigkeit mähen und eine größere Fläche abdecken. Er kann in Smart Home integriert werden und ermöglicht dir die Erstellung individueller Routinen. Die elektronische Höhenverstellung ermöglicht es dir, die Schnitthöhe elektronisch anzupassen. Der Wettertimer passt die Mähzeit automatisch an das Rasenwachstum an, um den Mähroboter und auch den Rasen zu schonen. Mit dem Geofence bekommst du Benachrichtigungen über die App, wenn sich dein Mäher außerhalb des definierten Bereichs bewegt. Über die Unwuchtkontrolle erkennt der 450X automatisch Unwuchten im Schneidsystem. Auch bei diesem Husqvarna-Modell kannst du verschiedene Mähprofile einstellen, was dir die gemeinsame Nutzung des Mähroboters in verschiedenen Gärten ermöglicht. Wenn ein Rasen in zwei Bereiche ohne Durchgang für den Mäher aufgeteilt ist, kannst du beide Mähbereiche entsprechend anlernen. Insgesamt ist auch dieses Modell ein High-End-Mähroboter, der mit großen Gärten wunderbar zurechtkommt. Nicht günstig, aber dafür bekommst du auch eine Premium-Qualität. Das beste Angebot habe ich auch hier bei Tink gefunden, bei denen es derzeit auch einen 100 Euro Rabattcode auf den bereits reduzierten Preis gibt. Das Angebot verlinke ich dir unter dem Video. Hier siehst du die letzte Vergleichsabelle mit den Mährobotern bis 5000 Quadratmeter Rasenfläche. Beide Mähroboter sind hochwertige Geräte, die für große und komplexe Rasenflächen konzipiert sind. Sie verfügen über fortschrittliche Technologien, die eine effiziente und präzise Rasenpflege ermöglichen. Der EcoFlow Blade punktet mit seiner Care-Funktion und dem umfangreichen Service-Paket, während der Husqvarna Auto Mover 450X durch seine GPS-unterstützte Navigation und die Möglichkeit der Smart Home-Integration überzeugt. Wenn ich dir eine Produktübersicht bieten konnte, freue ich mich über ein Feedback von dir. Ansonsten wünsche ich dir einen entspannten Sommer mit deinem neuen Rasenmäherroboter. Wenn du willst, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute.